Da hast du irgendwo auf der Straße, auf der Anseite, da steht da oben, in ihrem Dasein, da hat die immer Lärm und Krach und das alles. Und dann kommst du nach Hause und hast hier so eine Yuga, mehr Ruhe als irgendwo in der Ruhe haben. Also bis zum Thema Ruhe. So beschweren sich Nachbarn bei mir und bin ich immer krach. Manchmal komm ich ja nach Hause und bin ein bisschen unruhig. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich bin so unruhig. Ich komm die Spurslinge. Ich bin so unruhig. Ich weiß nicht, wie sie mir Juga zu hören. Das sind die kleinen Juga. Aber sie kann ja auch hier machen was zu wenig. Schönen Feine, ne? Das ist Hawkman. – Ich hab schon die extraŞe weg. Schönen Feine, ne? Mit ner Hose genommen. Zick. Mein Name ist hier. Bedanzei. Liebe, liebe Mama. Liebe Mama.